Und damit Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin es, der Bio begrüßt euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu den ÖPNV News am Sonntag. Die Gamescom ist zu Ende, das heißt alle wichtigsten News sind durch und man muss sagen, ja es war eigentlich nichts besonderes groß dabei gewesen. Also keine großartige Neuankündigung, sondern eher so schon gebrauchtes Material, was man halt bereits schon wusste, dass das irgendwie jetzt so die nächsten Wochen, Monaten erscheint. Aber immerhin gab es auch den ein oder anderen Titel, worauf ich mich sehr freue. Auch wenn es nichts so groß mit Simulationen zu tun hat, waren ja auch ein paar Spiele dabei, wo ich mich sehr darauf freue. Wie gesagt, das Ganze wird ja dann wieder auf Twitch gestreamt und alles sowas und drum und dran. Aber sonst, so was in der Simulationswelt so passiert ist, waren es eigentlich wie gesagt alles so Sachen, die kannten wir bereits. Aber ja, ich habe eigentlich nichts anderes erwartet, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin eigentlich sehr, sehr neutral an der ganzen Gamescom diesmal rangegangen. Man muss aber sagen, ich fand das mit der Pressekonferenz am Anfang schon ziemlich cool. Also das kann man zukünftig auch in den nächsten Gamescom gerne mit einbauen, damit das Ganze natürlich ein größeres Feeling bekommt. So ein bisschen wie die E3 jetzt hier auch in Deutschland. Also das ist so meine Meinung. Ihr könnt ja gerne mal so in die Kommentare posten, was ihr davon so haltet. Aber nun wollen wir jetzt endlich zu den News und ein paar Sachen habe ich noch rausgefunden. Und von daher denke ich mal, fangen wir jetzt direkt mal an. Ich habe hier was gefunden und zwar hat Train-Team Berlin ein Video veröffentlicht zu ihrem neuesten Szenario-Pack mit Volume 3. Was die Ludmüller zeigt, wird ja als KI-Log erhältlich ist oder was jetzt in dem Szenario-Pack jetzt rumfährt. Diese wird allerdings nur von der KI gesteuert. Das ist jetzt nicht für euch. Also ihr könnt sie selbst halt so nicht bedienen. Aber hier sieht man mal wieder, dass Train-Team Berlin hier wieder großartige Qualität mal wieder beweist. Und das zeigt auch einfach nur, wie großartig doch das ganze Add-On mit Berlin-S-Bahn sein könnte. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Die Bilder, wie gesagt, ihr seht es ja gerade oder im laufenden Video, kann sich das auf jeden Fall mehr als sehen lassen. Das ist jetzt schon meiner Meinung nach erhältlich. Das könnt ihr jetzt auf Train-Team Berlin schon kaufen. Und wer natürlich die Vorbesitzer-Teile hat, der kann sogar noch ein paar Prozente sparen bei der ganzen Sache. Von daher finden wir das eine relativ coole Sache. Wenn ihr ein paar neue Szenarios braucht, dann schaut noch bei Train-Team Berlin vorbei. Und das vollständige Video findet ihr natürlich hier unten in der Videobeschreibung. Dann haben wir eine andere Klasse Sache. Und zwar handelt es sich um einen neuen Content für unseren OMSI 2 Bus-Simulator. Und hier wird ein neuer Bus angekündigt. Und von diesem Sorte haben wir da gar nicht so viele hier aktuell in OMSI. Und zwar ist es der Iveco-Bus Everdys oder Everdys irgendwie so. Da gab es jetzt einen neuen Trailer. Und das ist der neue Bus, der jetzt in der nächsten Zeit jetzt für unseren OMSI Monat erscheint. Das Ganze kommt von Kesskroll, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Und der Bus hat eine Länge von 13 Meter und besitzt einen Cursor 9 Motor. Und das Ganze ist Euro 6, wenn ich jetzt das Ganze so richtig lesen kann. Und ja, es ist natürlich eine sehr, sehr extravagante Seite. Es steht jetzt natürlich nicht zu deutsch da. Es ist jetzt so viel, es sieht so ein bisschen spanisch aus, aber niederländisch, keine Ahnung. Und ich kann das nicht teilweise echt nicht entziffern, aber das Video und der Bus sehen auf jeden Fall mal wieder nach einer richtig schönen Maßarbeit aus. Also hier könnte uns auf jeden Fall wieder ein neuer Bus, auf jeden Fall ein neuer Überlandbus hier relativ cool kommen in OMSI. Also wir halten euch dementsprechend da noch auf den Laufenden, wann dieser denn erhältlich ist. Preis oder sonstiges Release-Termin steht natürlich noch nicht fest, aber sobald es da neue Infos gibt, erfahrt ihr es hier bei uns. Und dann kommen wir mal zum Mini-DLC Nummer 2. Wir hatten jetzt vor einigen Tagen auf der Gamescom-Special angekündigt, dass OMSI-Projekt Gladbeck bereits schon den dritten angekündigt hat. Aber es gibt natürlich Neues vom Mini-DLC 2 und hier ist interessant, dass das Ganze hier betitelt wird, das kostenlose Mini-DLC Nummer 2 ist kurz vor der Fertigstellung. Wir freuen uns, euch zu berichten, dass das Mini-DLC Nummer 2 kurz vor der Fertigstellung ist und auch in die Beta-Phase in Kürze gehen wird. Wenn alles klappt, ist dieser Mini-DLC Nummer 2 rechtzeitig zum Düsseldorf-Release fertiggestellt und wir können es kostenlos direkt mitliefern. Mit diesem Mini-DLC Nummer 2 könnt ihr quasi zwischen den beiden Städten pendeln auf dem Schienenersatzverkehr der S68 als Express-Linie. Wir sind schon gespannt, mit welchen Bussen ihr auf dieser langen Express-Strecke fahren werdet. Das Ganze geht von S-Bahnhof Vofenkel Bahnhof Richtung Reißholz Bahnhof. Insgesamt eine Streckenlänge von 13 Kilometern. Und das ist doch schon mal eine Hausnummer, muss man mir ja sagen. Wir freuen uns natürlich drauf, sobald das Ganze natürlich released ist, werden wir uns das dementsprechend natürlich anschauen und natürlich hier in den News natürlich auch nochmal kundtun, damit ihr dementsprechend halt gut informiert seid. Weiteres gibt es natürlich hier von unserem Masterlight-Pack, den neuen Bus, der jetzt ja in den nächsten Wochen eventuell erscheint. Und zwar handelt es sich hierbei um den neuen Bus von Master Switch, welches wir natürlich bereits schon gesehen haben. Auf den Bildern in Steam, da war dieser Bus bereits schon abgebildet gewesen. Und jetzt ist hier was Neues angekündigt oder was Neues geschrieben worden. Und zwar handelt es sich hierbei schon um den ersten Preis. Also das Ganze wird wohl um die 15 Euro wieder kosten. Also so viel wie der erste DLC von Master Switch Studios schon gekostet hat. Wann natürlich noch ein Release ist, ist noch nicht bekannt. Allerdings könnt ihr das Ganze jetzt schon bei euch auf Steam natürlich schon auf eure Wunschliste packen. Und dann verpasst ihr den Release von diesem DLC nicht. Besonderes Highlight ist natürlich, dass es hierüber wieder um einen englischen Bus handelt. Das heißt, die Türen sind auf der linken Seite. Und ja, dementsprechend könnt ihr diese nur auf englischen Strecken natürlich benutzen. Weil ja, Deutsch macht sich ein bisschen schlecht, wenn die Tür auf der falschen Seite ist. Von daher werden wir uns das wieder mal anschauen. Sobald diese released wird, halten wir euch dementsprechend natürlich auch wieder auf dem Laufenden. Und wir werden uns, wie gesagt, das Ganze im Let's Play selbstverständlich hier anschauen. Also Master Light Pack, wie gesagt, auf Steam. So, und zu guter Letzt haben wir hier noch was, was, ja, interessant ist. Und zwar hat Düsseldorf, also Projekt Gladbeck, hat ein Video veröffentlicht, wo wir schon die Düsseldorf-Karte im Let's Play drin ist, in der aktuellen Alpha-Version. Da könnt ihr dementsprechend schon mal so ein bisschen gucken, wie das Ganze halt aussieht, ob euch das gefällt oder sowas. Das ganze Video ist um die 43 Minuten lang. Wie gesagt, Videolink findet ihr wieder unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das bereits anschauen. Es gibt wohl auch schon ein erstes Video davon und das geht einfach mal eine Stunde und zehn Minuten. Ich gehe mal davon aus, dass das Ganze auch von dem Entwickler natürlich besprochen wird, gesprochen wird. Und ja, die Aufrufzahlen und auch die Daumenquote, muss man sagen, die ist sehr durchwachsen. Also das ist schon ein bisschen schade, dass das Ganze natürlich, obwohl es noch nicht mal released ist, jetzt schon so ein bisschen, ich sage mal vorsichtig, jetzt schon wieder in den Boden getreten wird. Obwohl doch Projekt Gladbeck behauptet hat, oder auf Facebook, dass die Aufnahme von Düsseldorf sehr, sehr positiv war und sich viele darüber gefreut haben, dass es halt so Strecken real ist, dass man viel wiedererkannt hat von den Strecken. Wir lassen uns natürlich dementsprechend überraschen. Ich freue mich drauf. Wie gesagt, ich selbst kenne Düsseldorf nicht und kann mich jetzt an diese Punkte oder die bestimmten Eckpunkte. Natürlich weiß es nicht. Ich werde mich vorher noch informieren, worauf man zum Beispiel in Düsseldorf achten muss, ob man Sehenswürdigkeiten wiedererkennt hier in dem Düsseldorf. Er dann wird dementsprechend halt einen Vergleich irgendwie ziehen. Vielleicht findet man sie dann auf der Karte von Düsseldorf. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Release dürfte nicht mehr in allzu weiter Ferne sein. Von daher freue ich mich schon drauf, wir werden das Ganze uns dementsprechend natürlich anschauen. Sobald es da Neuigkeiten gibt, halten wir euch dementsprechend wieder auf dem Laufenden. Und das war es dann auch schon so weit von unseren News. Nicht viel, aber auch nicht wenig, würde ich sagen. Für das, dass da jetzt gerade die Gamescom zu Ende gegangen ist, haben wir doch noch das eine oder andere zusammenkramen können. Vieles ist noch ein bisschen abgedustert, abgedunkelt. Auch das Ganze mit den, ja ich sag mal, ich hab das, die Kommentare von dem TML Studios Video gesehen. Und ja, man hätte sich natürlich noch ein bisschen mehr vorstellen können, dass da ein bisschen mehr von diesem Sebast gezeigt wird. Vielleicht auch mal Gameplay-Material von Sebast nochmal gezeigt wird. Denn es war nun zwei Jahre ruhig, obwohl die das angekündigt hatten, zwei Jahre ruhig. Und dann kommen die da halt mit so einem kleinen Editor-Video raus. Und da ist dementsprechend die Meinung natürlich, ja, nicht so positiv ausgefallen. Wir lassen uns, wie gesagt, auch da überraschen. Wir werden auch definitiv dieses Jahr, denke ich mal, noch Gameplay-Material dazu sehen. Und sonst, wie gesagt, die Gamescom, ja, ist jetzt nun partout. Jetzt geht es nur noch eigentlich jetzt in den nächsten Monaten um Spiele kaufen. Weihnachten steht auch schon wieder vor der Tür. Und nicht vergessen, in mehr als zwei Wochen können wir schon wieder Spekulatius kaufen. Damit verabschiede ich mich, bedanke mich, sage gerne. Ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss! ARD Text im Auftrag des WDR